So, einen wunderschönen guten Morgen. Es geht weiter mit Disney Speedstorm. Gerade wurde Kapitel 4 freigeschaltet, die magische Lampe. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. So, Level 12. Schädelhöhle. Komm unter die ersten drei, werde erster oder zweiter, gewinne das Rennen. Rennbedingungen, Aladdin, Stufe 12. Okay. Genie's in Mirror may be close. Do we have a deal? I wonder what new places we'll see. Okay. Name Jasmine. I can't wait. Schauen wir mal. This time, I'm winning the prize. How fun! Aha. Let me try. Schade? Schade? What? So sorry. Oops. Oh no. Ja, ich weiß. Ja, das könnte, glaube ich, knapp werden, ne? Komm, 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 komm! Oh, nee. Nein, 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 nein! Okay. I had the most wonderful time. Nice. So, äh, Palastrennen, komm unter die ersten drei, gewinne das Rennen, gewinne das Rennen und aktiviere sechs Driftbooster, Aladin. Stufe 12. Highly recommended. Okay, sechs Driftbooster. Eins. Zwei. Drei. Vier. So, Driftbooster haben wir schon mal. Oh. Ja, perfekt. 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 Here I go. I'm sorry. This is indescribable. Sehr gut. Wird aber immer knapper, ne? So, wir haben eine Kiste. So, klasse Raser. Komm unter die ersten drei, werde erster oder zweiter. Gewinne das Rennen. Jawohl. Nehmen wir den guten alten Mikey. Oh, I'm telling you. This car, she needs to be driven. I am out of here. Coyote. Oh, I'm out of here. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Und da gibt es nochmal Boost. Mist, hat Power-Up vorbeigesprungen. Ja, gut. Ja. Ja. Oh, wir kriegen wieder Season-Münzen. Okay. Okay. So, vier. Komm unter die ersten drei, gewinne das Rennen, gewinne das Rennen und aktiviere... Gewinne das Rennen und aktiviere drei manuelle Booster. Äh, Aladdin und Lilo und Stitch. Warte mal, die können wir doch... Können wir auch jetzt ein bisschen hochziehen, ne? Aber geht, glaube ich, nur bis Stufe 15, ne? Wir haben nur eine... einen Stern. Ja, bei Höchstgeschwindigkeit. Geht's ja runter hier, die ist schlecht. Geht's ja runter hier, die ist schlecht. Nee, nee. Ähm. Sollen wir Jafar nehmen? Vier, vier, drei. Vier, drei. Ja komm, probieren wir ihn. Also gewinnen und drei manuelle Booster aktivieren. Sollten wir wohl hinkriegen. Sollten wir wohl hinkriegen. Zwei. 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 bob Computer,aze. Zwei. 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 Zwei noch hinterher. ja Ja, da sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir die Aladin-Charaktere fürs nächste Mal auf jeden Fall noch ein bisschen aufgelevelt kriegen. Und ich glaube nicht, dass das leichter wird. Oh nee, jetzt sag mir nicht mit dem Nebel. Kommen wir unter die ersten drei. Werde erster oder zweiter, gewinne das Rennen. Raufboldt. Raufboldt. Vier, vier. Wenn wir ihn verbessern, machen wir nur Booster, ne? Ja, komm. Okay, Stufe 35. So, Fahrer bearbeiten. Cool. Okay. Okay. Gewinnen. Ich werde meine Familie freuen. Ich bin in der Zone heute. Wenn wir beginnen, denn ich bin bereit. Ich bin hinter dir, buddy. Was? Das war's. Aber geht klar, ne? Wow! Woohoo! There you go, Pegasus! There you go, Pegasus! Wow! War gut. So, Season Pass, Level Up, kriegen wir wieder ne... Oh! Drei Season Münzen! Äh, für diese Kisten nicht Season Münzen. Okay, so... Einfordern... Zwei Mogli Scherben... So... Schon wieder Aladin... Da fehlt uns dein Brot. I am quite powerful, you know. Look at this guy, he raises, he grants wishes. Is there anything he can't do? Desperate times call for desperate measures. Müssen wir gucken, dass wir die auf jeden Fall noch Level in A... Und dass wir da Scherben kriegen. Gut. Für Sie ist das nicht so schön. Ich bin ein, dass wir das sind. Ich bin ein, dass wir das nicht so schön haben. Das ist schwierig. Die Scherben sind ja auch. Ich bin ein, dass wir das nicht so schön haben, Das ist schön. Ich bin ein, dass wir das nicht so schön haben. Das ist schön. Zeigungs- Komm! Das war's für heute. Die letzte Runde hätten wir ihn ins Ziel gekickt, ne? Yes! Yes! Okay, so, wo gehen wir weiter? Wir müssen nach unten. Da kriegen wir nämlich wieder eine Kiste. Komm unter die ersten drei. Gewinne das Rennen, gewinne das Rennen und drifte für mindestens zehn Sekunden. Rennbedingung Schwindler Stufe 14. Yeah! Yeah! Um. Stick mit mir, du bist alles gut. Ich bin niemandem antik. O, sind wir heute ran? Hermes hat nichts vor mir. 23.25 Warte mal, 4.7, 4.7 Warte mal, wenn wir die verbessern, was kriegen... Die hat die Würfel, ne? Okay, oh, guck mal, Crew. Handling Booster. Kampf. Nehmen wir doch Höchsttempo, ne? Und Beschleunigung. Anpassen. Kart, Flügel. Oha. Ne, das sieht schon nice aus. So, nur mal ein Schild. So, was war das jetzt? Gewinnen und 10 Sekunden Driften, ne? Oha, okay. You're going to nothing. Go fast. Finish line, here I come. Oh, that'll help. Oh, cool. Push on her. Watch out. War nochmal ihre Ulti? Ach, ja, genau. Oh, die geht aber ganz schön ab, ne? Oh, die geht aber ganz schön ab, ne? Oh, die geht aber. Okay. That's right. Hold on. Here goes. Yes. Die gefällt mir. Ey. Kein Auge jetzt hier. Kurz vorm Ziel. Ja, voll. Wieder ein Level ab. Oh, Quatsin. den Rennernzug angucken. Ziemlich nice. Guckt ihr das mal an. Geil. Okay, so. Ähm, im Dschungel. Komm unter die ersten drei. Gewinne das Rennen, gewinne das Rennen und rutsche mindestens drei Sekunden lang auf Grindpipes. Das Dschungelbuch und Aladdin. Empfohlenes Level 14. Aber was ist mit? Ich komme sehr, sehr, sehr empfehlen. Sehr, sehr empfehlen. Oh, da haben wir noch gar nichts. Warte mal, was können wir denn da noch reinpuppen? Du besser glaubst es. Aber von der Beschleunigung her, guck der hat mal ein 2-1 nur. Du besser glaubst es. Well, now. Yeah, lay it on me. Ne. Da würde ich doch... 4344... 4344... 4344... So, ich würde sagen, wir nehmen... Jasmin. Okay, rein. ... Uh-huh. Leave me alone. How could you? How dare you? Yes! Is'n doch gut. Chill. Ja, excuse me, aber richtig. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Here I go. Oh, no. Uh-huh. Huh? Oh. 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 Oh, shit. Oh. 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 Knapp. Sehr knapp. So, danach müssen wir nach unten. Verteidiger. Komm unter die ersten drei, gewinne das Rennen. Gewinne das Rennen und verwende für mindestens zehn Sekunden einen manuellen Booster. So, 5, 4, 5, 7. Die könnten wir noch verbessern. Die ist raus. Den können wir, glaube ich, auf 30, ne? Warte mal, wobei wir gar keine Helme mehr haben. So, die haben wir auf Stufe 29. 20. Warte mal. Nein. Nein. So, nehmen wir sie, ne? Ich weiß, du hast einen guten Garten. Ich bin Profession. Ich glaube, diese Jumpte-Suit hat meine Hautfarbe. Ja, dann schwein gehabt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, perfekt. Ey, wollte mich jetzt hier komplett verarschen. Oh, jetzt reicht aber, ne? Ja! Oh! Oh, hier geht's! Hier geht's! Oh! 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 Jawohl! Okay, so, was haben wir jetzt? Nummer 9. Komm unter die ersten drei, werde erster oder zweiter, gewinne das Rennen. Donald Duck. Oh, yeah, yeah, yeah. Cool. Oh, God. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Die sitzen mir aber ganz schön im Nacken, ne? Ja. 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 Ok. Einfordern. So, kommen wir unter die ersten drei, wer der Erste oder Zweite gewinnt, das trennen Aladin wieder. 2.000 und 5.000 Speedingtickets. Ich wundere, welche neue Pläne wir sehen werden. Wie kann es der Service sein? Für was es ist, bin ich sehr hoch zu empfehlen. Ich würde sagen, wir versuchen halt mit ihm. Natürlich keinen erwischt. Boah, diese Beschleunigung, ne? Der hat noch nicht ein erwischt. Hier haben wir ein bisschen Vorsprung Arme. Nice. So, dann müssten wir jetzt glaube ich nur noch die mythischen Rennen übrig haben, ne? Fahrer neuer Stern. Okay. Aber upgraden können wir sie nicht, oder? Können wir. Aber nicht viel. Nehmen wir Hercules. Nehmen wir Hercules. Was sind jetzt? W detention. Teie H obó. W Oh, wir haben heute Chloe. Hey! Wow, knapp. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Yes. So, noch einmal. So, vier Runden. Uh-oh. Oops. Right behind you, buddy. Great behind you, buddy. Okay. 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 Oh. Okay. Sehr gut. Brotlaibe. Warte mal. Ähm, Aladin? Ah, okay. Schade, einer fehlt noch. So. Damit haben wir Kapitel 4 erfolgreich abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit Kapitel 5 wieder. Ich bin raus, euer D-Max. Ciao.